Wendy Lara, er lebt jetzt in Hamburg, wurde geboren am 11.04.83, ist 25 Jahre alt, 1,72 groß, er wiegt 69,9 Kilo. Sein Profikampfrekord, ein Kampf, ein Sieg. Und in seiner Ecke sein Trainer Orlando Coelho. Und wenn der Kampf beginnt, hat nur noch ein Mann, das sagen Ausdienstlagen, Heinrich Mümert. Ringfrei, Runde 1. Bugs! Ringfrei, Runde 1. Über die Rache in der Schule mantiert. Nö, Runde 1. Hatsen, 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 Hatsen. Hatsen, 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 Hatsen. Stopp! Stopp! Come on, come on, come on. Stopp! Stopp! Hey, no, 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 no. Okay. Come on, come on, come on. Bugs! Bugs! Stopp! Come on, come on, come on. Bugs! Stopp! Head up. Here. Bugs! Bugs! Stopp! One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten out. Bugs! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten out. Two here. These, two, three, six hundred, nine. Naples. Anything too? I mean, we must have a meal, a meal, but we must also go to office office store now. Do what for their meal? Untertitelung des ZDF, 2020